Äh, genau. Hallo erstmal, ähm, ich möchte euch erstmal kurz vorstellen. Simon, Kasper und Stefan und mich, Albert, ähm, kurz etwas an eigener Sache, bevor wir uns für bescheuert halten, dass es, wenn sich da gleich ein paar Leute drüben etwas gegenseitig anfassen, das hat nur damit zu tun, dass man ein paar elektrische Ladungen ausgleichen möchte, weil wir etwas teurere Hardware rumstehen haben. Und, genau, während andere schon mal aufbauen, kann ich erstmal erzählen, worum es geht. Zum Beispiel der liebe Simon da, der hat zum Teil zu Hause ein Computercluster rumstehen, das zieht auch mal irgendwie Strom im Kilowattbereich und muss trotzdem mir fast eine Woche rechnen, um bestimmte Physik-Simulationen ordentlich durchzubekommen. Und das ist jetzt nicht so dolle. Das zieht Strom, dauert lange, unschön. Und es gibt halt manche Leute, die brauchen sowas. Und insofern haben wir uns gedacht, vielleicht könnte man das doch schneller machen. Und jetzt dauert es aber, glaube ich, noch einen Moment. Also, einerseits haben wir da ein Netzteil, das ist unter anderem für Stromversorgung, so einen kleinen Ventilator und vor allem auch für die Erdung, damit es dann nicht irgendwie große Entladungen gibt. Und ansonsten haben wir noch, glaube ich, einen kleinen Raspy, wozu das Ganze erklären wir auch noch im späteren Verlauf. Ich hatte ja vorhin die Problemstellung geschildert. Und jetzt hatten wir uns gewisse Ideen überlegt, was man machen könnte. Das hat jetzt mit dem gewissen FPGA zu tun, von dem euch jetzt Stefan mehr erzählen wird. Ja, also, FPGA, das hört sich am Anfang erstmal an wie einfach nur vier Buchstaben. Aber das ist eigentlich eine Abkürzung für Field Programmer Gate Array. Also, was quasi bei normalen Hardware, normalen CPUs ist, ist das Problem, die sind quasi General Purpose. Das heißt, sie können so gut wie alles, aber halt nichts davon gut. Also, sie können so gut wie alles, aber nichts davon können sie wirklich schnell machen. Und das Gute an FPGAs ist quasi, das sind quasi einfach nur, falls manche von euch den Begriff kennen, Logikgatter, ganz, ganz viele davon. Der, den wir haben, hat ungefähr 30.000, was sich viel anhört, aber tatsächlich sehr wenig ist. Ja, und quasi die kann man dann zusammenstecken, wie man will und dadurch quasi sich ein Custom Chip zusammenbauen, welcher dann quasi nur eine einzige Sache kann, die aber dann sehr, sehr, sehr gut. Und dadurch, dass man dann, und die sind dann dadurch auch saueffizient, so das Ding frisst, wir haben berechnet, bei voller Kraft sollte das Ding ungefähr 15 Watt fressen. Das ist weniger als manche Telefone. Und ja. Und jetzt übergebe ich an den Simon, welcher euch erklärt, wie die Mathe hinter unserem Ansatz funktioniert. Ich werde nicht zu tief ins Detail gehen, möchte aber doch anmerken, woher in etwa die hohe Komplexität und der hohe Rechenaufwand bei diesen Physik-Simulationen stammt. Und, ähm, denn diese Probleme, sowas wie Computer Fluid Dynamics, also Fluid Dynamics-Simulationen, äh, Wärmeleitung, magnetische Permeabilität, das sind alles sogenannte PDEs oder, äh, partielle Differenzialgleichungen. Ähm, die Schwierigkeit in der Berechnung derselbigen liegt darin, ähm, dass, ähm, sie quasi, ähm, so definiert sind, dass sie eine Ableitung von sich selbst enthalten oder im Fall von partiellen Differenzialgleichungen eben eine sogenannte partielle Ableitung. Ähm, ähm, und es ist, es ist, es ist, leider sind, äh, sehr, sehr viele physikalische Prozesse korrekterweise nur durch solche, äh, Differenzialgleichungen zu beschreiben, ähm, von einfachsten alltäglichen Dingen, wie einem einfachen Pendel, ähm, bis hin zu, äh, hochkomplizierten, äh, Fluid Dynamics-Simulationen. Ähm, ähm, und, ja, äh, 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 in, sehr viele davon, äh, enthalten maximal, ähm, die zweite Ableitung, ähm, das heißt, man spricht hier von sogenannten Second Order PDEs. Ähm, äh, wir haben die analytische Lösung gewählt, äh, es gibt auch noch andere, äh, Möglichkeiten, wie man, äh, äh, an, äh, partielle Differenzialgleichungen, äh, rangehen kann, äh, äh, und als besonderes Beispiel, äh, auf das wir, äh, äh, versucht haben, unseren FPGA auszulegen, äh, ist die sogenannte Heat Equation, äh, äh, eine Gleichung, die es erlaubt, äh, Wärmefluss in, äh, 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 in beliebigen Körpern, äh, aus beliebigen Materialien, äh, äh, mit hoher Genauigkeit und Zuverlässigkeit zu simulieren. Ähm, ja, jetzt bin ich wieder dran, nämlich, also quasi die Hardware, die, mit, mit der wir gearbeitet haben, war einmal quasi ein Raspberry Pi, speziell ein Raspberry Pi 4B. Das ist einfach ein kleiner Computer, ganz relativ, das ist nicht teuer, es hat eine gute Effizienz, aber dafür ist halt auch, ist der halt auch nicht sehr stark, tatsächlich ist er sehr, relativ schwach und um, auf, und da, und um damit quasi dann diese komplizierten Gleichungen lösen zu können, oder halt eher ausrechnen zu können, haben, benutzen wir dann einen FPGA, nämlich den sogenannten Sillings 7, der ist von AMD hergestellt, vielleicht kennen manche von euch die Firma, stellen auch CPUs und Grafikkarten her, und ja, das ist es eigentlich schon mit der Hardware, Stromversorgung ist halt dann einfach eine Stromversorgung, und, ja, das sind eigentlich diese wirklichen wichtigen Sachen, den Rest kann man einfach, ja, beliebig, und jetzt gebe ich weiter an, also, ja, da sieht man auch ganz schön, das Weiße ist mit dem pinken Untergrund, ist der, ist das Board, auf dem der FPGA drauf ist, das Schwarze ist einfach so ein bisschen Hilfsmittel, das ist uns erlaubt, UART, das ist uns erlaubt einfach zu kommunizieren, und dann, und dann das Grüne, und mit den ganzen Ports und dem Ventilator ist der Raspberry Pi, der tut dann quasi die Daten vorbereiten und an den FPGA füttern. Und jetzt gebe ich wieder weiter an den Simon, oder, nee, an den, ja. Ja, an mich. Ja. Tut mir leid, bin ich nervös. So ein FPGA funktioniert anders als ein normaler Prozessor, aber im normalen Prozessor hätte man einzelne Anweisungen, die würde er nacheinander abarbeiten, oder eben parallel. Bei einem FPGA, das funktioniert so, indem man mit diesem Programm quasi Logikgatter miteinander verknüpft, deswegen kann dieser Chip halt genau eine Sache, weil die Logikgatter halt so verknüpft sind, aber die ist super, super schnell. Das heißt, man kann das jetzt nicht in jeder beliebigen Sprache programmieren. Haben wir hier oben, Verilog. Das ist ein bisschen wie Assembler für ein FPGA, also sehr low-level. Macht keinen Spaß zu programmieren, sage ich euch. Dann gibt es Leute, die haben dann sich überlegt, okay, könnte man noch in einer etwas higher-level Sprache programmieren? Was bei rumgekommen ist, ist Spinal HDL, Scaler auf dem FPGA. Ich sage euch, Scaler ist auch nicht viel besser. Wir wären wahrscheinlich noch darauf klargekommen, aber wie man es sehr schön auf dieser Präsentation sieht, will AMD, dass man nicht nur 250 Euro für diesen Chip ausgibt, sondern auch noch für eine 220 Gigabyte große Toolchain, die wir jetzt natürlich nicht hatten, und die auch noch was extra kostet. Dieser Download hätte übrigens ungefähr 15 Stunden gebraucht hier mit dem WLAN, so lange sind wir gar nicht hier. Deswegen war das ein bisschen, also es war echt ätzend, den FPGA zu simulieren, weil eigentlich hat AMD wie Vado dafür ein Tool. Flaschen hätten wir dann auf Bastis Rechner machen müssen. Basti? Dankeschön. Und ja, der Compiler wäre halt auch da drauf gewesen. Wir sind damit nicht fertig geworden, unter anderem, weil diese Frameworks einfach allesamt erlaubten, die Ausdrucksweise scheiße waren. Sie haben nicht funktioniert, waren schrecklich dokumentiert, bis gar nicht. Und dann wäre noch Verilog übrig geblieben, aber Verilog will man nicht schreiben. Ich habe jetzt leider kein Beispiel dafür, aber das, was man auf der Präsentation sieht, ist übrigens der C-Code für den R-Pi, Credits an Simon. Von Simon und Albert geschrieben, ich habe da ein kleines bisschen mitgeholfen, aber das sind vielleicht fünf Zeilen, wo ich geschrieben habe an dem speziellen Code. Also, nee, ich war eher für die Hardware zuständig. Ja, was der Code hier im Endeffekt macht, ist, dass er die Daten vorbereitet und auf den FPGA schickt, dass er die dann sehr schnell abarbeiten kann und dann wieder entgegennimmt. Wie gesagt, wir sind leider nicht fertig geworden, weil, ja, mit diesen Tool-Chances ist FPGA-Programmieren echt ätzend. Ich möchte allerdings anmerken, dass zumindest einige von uns auch noch Lust hätten, das auch noch fortzusetzen und eventuell dann mit mehr Zeit eventuell auch noch fertig zu bekommen. Ja, es wurde bereits schon mal erwähnt, aber ich finde, es darf an dieser Stelle auch nochmal erwähnt werden, dass Probleme bei der Durchführung aufgetreten sind, hauptsächlich einfach wie wahr. Aber das ist einfach ein Problem. Oder Geld, wie man es halt nimmt. Auch gut. Die ursprünglichen Projektziele lagen darin, eben diese Physik-Simulationen durch Hardware-Acceleration auf einem FPGA so zu beschleunigen, dass sie zumindest für kleine, dass sie zumindest kleine Compute-Cluster, wie das, was ich gelegentlich mal betreibe, für ähnliche. 1,7 Kilowatt? Also deutlich stromsparender. Ja, es hat eine sehr geringe Leistungsaufnahme und das Ziel war es, dass es eine ähnliche, wenn ich sogar höre, tatsächliche Rechenleistung dann an den Tag legt. Und ja, dazu ist es leider nicht gekommen, weil es eben, wie schon gesagt, einige Probleme gab. Danke sehr für die reichliche Zeit. FPGA-Schenanigans, vielen Dank an euch. Das muss jetzt natürlich alles wieder abgestöpselt werden. So viel Zeit wollen wir uns natürlich nehmen. Will einer von euch schon mal zu mir kommen oder müsst ihr alle mitstöpseln? Ja. Schnappt ihr ein Mikro? Ah ja, sie müssen alle abstöpseln. Alle von uns müssen mitstöpseln. Dann stöpselt bitte, korrekt. Also ich sage jetzt schon mal über dieses Projekt, was ich gestern gelernt habe bei der Generalprobe. Da haben sich Menschen zusammengetan mit einem hochphysischen oder hochmathematischen Projekt, je nachdem, wie man es nimmt, und Hardware, um Strom zu sparen. Finde ich der Wahnsinn. Finde ich an sich schon mal der Wahnsinn, dass es einen Nachhaltigkeitsaspekt hat. Ich habe mich natürlich dann gefragt, wo sowas zum Einsatz kommen soll. Die Antwort kriegen wir gleich. Nehmt die Mikrofone mit bitte. Kommt zu mir, zu mir, zu mir. Ich merke euch die Frustration ein bisschen an. Ihr wärt gerne weitergekommen, als ihr es seid, aber ihr habt Bock weiterzumachen, habe ich auch verstanden. Wo kommt so eine Geschichte, wie ihr euch sie hier ausgedacht habt, im Besten da draußen zum Einsatz? Für einen Privatanwender gar nicht. Sondern? Ganz offen gesagt. Ja, also mehr private Zwecke. Große Firmen, meinst du, man nutzt es sogar schon? Mit Mikro am besten, bitte. Ja, also es ist natürlich für derartige Zwecke gibt es spezialisierte Hardware. Das ist jetzt nichts großen Neues. Hardware Acceleration ist an der Stelle auch sehr präsent. Es gibt zum Beispiel HPC-Prozessoren, die im oberen 10.000 Euro Bereich die tatsächlich sehr gute Hardware Acceleration für so etwas bieten. Aber das Ziel war es eben, ein kleines System zu entwickeln, was eventuell eher im Hobbybereich Anwendung finden könnte für Menschen, die einfach mal eine kleine Physikberechnung benötigen und dafür eben nicht ein 1,7 Kilowatt-Compute-Cluster acht Tage lang durchrechnen lassen wollen aus offensichtlichen ökologischen Gründen. Ihr seid soweit gekommen. Ihr habt euch einen Applaus verdient. Euren Walk of Fame, die Bühne runter. Danke.